Hallo und Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mein Schiff, Hardcore, nämlich Folge 2 Yeah, mein Schlaf, mein Schlaf Ich nehm grad mit einem anderen, äh... Ich nehm grad mit einem anderen, äh... Ich nehm grad mit einem anderen Mikrofon noch, als sonst Also nicht von nach, weil... Ich lass mir das so komisch an, weil... Ich wollt heute vielleicht mit euch meinen gehen mit mir ein bisschen Essen machen, weil... Äh, ich hab nach der Aufnahme meinen ganzen Essen auch vergessen Das labert jetzt auch Ich hab ein bisschen rückdurch, ich kann mir eigentlich weiter pusten Übrigens, LuckyBlock ist nicht mehr drin Äh, aber... Ähm... Das liegt daran, dass ich jetzt... Leute, nehmt mich, die 1.17 Minecraft-Value ins Draußen bringe Davon hab ich noch keinen LuckyBlock gemacht Und deswegen ist LuckyBlock jetzt, äh... leider nicht drin Aber wir sind wahrscheinlich nicht so schlimm Welchenfalls können wir später wieder rein machen Aber, äh... Wir sind jetzt mit 1.17 Mit 1.17 kenn ich mich auch nicht so aus Der Tutorial wird jetzt auch mit 1.17 kommen Aber ich werd mir jetzt erstmal angucken, was ich jetzt noch habe, weil ich vielleicht nicht entdecken konnte Und ich wollte, glaub ich, so ein bisschen... Und ich wollte, glaub ich, so ein bisschen... Und ich wollte, glaub ich, so ein bisschen... So ein bisschen... Aber es ist halt auch ein bisschen unskant Ich wollte gerade eins essen Okay, jetzt mach ich mir Essen Profi, äh... Rechen? Da, wo? Geht ja nicht Für wie ein Boot reicht für... Denk ich ein bisschen... Ah Weg Abbau Okay, äh... Das ist Kohle! Vielleicht ist Abbau Oder will ich so... Ich hab das Glück schon... Nein, muss ich sagen, ne? Gut, äh... Wo ist noch ne... Soll ich... Ich... Will ich jetzt mal eben was richtig krass sagen Und zwar... Ich nehme gerade um... 20.12 auf Es ist... Ich will nicht sagen Ich weiß nicht, wo ich so spät aufnehme Aber irgendwie... Habe ich zwölf Stunden gefühlt gebraucht Um meinen doofen Kopfhörer zu... Ähm... Verbinden Und ich hab automatisch springen Einfachs-Ulternärm Ich kann mir jetzt... Den ersten Mal... Den Minecraft-Hardbrummer-Fackeln bauen Ich bin... Hier Ja My Chris Power wird übrigens auch wieder nicht kommen Und jetzt darf ich... Kille rufen AAAAAAAH wir sind schon mal nicht gestorben ich hoffe auf jeden fall ich hoffe dass ich nicht sterben werde in dieser folge denn das ist wiederum immer das ziel in minecraft kreuz ich immer nicht das projekt und die welt vorbei und und letztens habe ich ja irgendwie gesagt dass verhindern ruinen total irgendwie heizt war aber da kein portal sondern das war einfach ein laki-block wurde aber da habe ich das auch geschaltet ist das Ich habe einen Fleren, der ist. Ich bin aber auch nicht so, wie ich hier ist. Ich habe einen Fleren, die ich hier mache. Ich bin so, wie ich hier mache. Du hast hier gekauft. Ah! Oh! Okay. Oh! Ich weiß nicht, was ich so sagen soll, aber irgendwie geht gar nicht. Okay, ähm, dann brauche ich mal wirklich erst ein Glas und ein Glas. Äh, ich wollte vielleicht mal ein bisschen Ertrünung gehen, ein bisschen. Ich will irgendwie... Okay. Vorne ist Kohle, ich kann mich eigentlich auch noch mal abbauen. Wie geht's mal an die Spitzacke? Okay. Ich habe ein bisschen Angst... Okay, ich habe aber auf jeden Fall ein bisschen Angst, dass hier jetzt gleich irgendwie Monster in die Ecke kommt. Was ist die 1,17? Roheisen. Also 1,17 habe ich schon mal gespielt, aber nicht so richtig. Also ich kenne mich da nicht so gut aus. Wir haben hier auf jeden Fall Roheisen. Ich habe mich gerade erschreckt. Ja, da hieß jemand Zombie, aber sonst machen wir Geräusche. Schau raus. Nein, hier ist so viel Eisen. Ich bin weg. Okay, jetzt weg hier. Okay, Leute, das ist mir jetzt gerade ein bisschen... Das ist gerade ein bisschen zu gefährlich, hier mit Skeletten und zu chillen. Okay, ich gehe jetzt mal raus und dann schmerzt es mein Eisen. So, ich kann hier eigentlich den nächsten Mal weiterkommen. Ist interessant hier. Oh nein! Nein! Wo geht's nach Hause? Es leckt! Wo geht's nach Hause? Wo geht's nach Hause? Ich glaube, in falsche Richtung. Oh nein! Oh nein! Wo ist mein Zuhause? Nein! Wo? Ich weiß doch keine gewisse Richtung, die ich da bin. Ich bin jetzt gar keine Ahnung, wo ich bin. Hallo? Ich bin wo war's. Ich muss nur Lucky Block für daschen, dann geht's mir eigentlich gut. Ich bin hier nicht... Ich bin hier nicht so... Ich bin hier nicht verlaufen. Das war jetzt mal... Schau mal! Ich bin hier nicht verlaufen, einfach. Ach nee! ich habe jetzt gerade so was zum problem da soll ich meinen schönen abstand von halten hier sind die monster soll jetzt dahinten laufen was neues wort sehr soll ich muss immer so oft abstand hexe okay dann habe ich jetzt hier wieder neues wort ich glaube ich wohne jetzt hier weil ich meine alte stoffen die neue zu hause gefunden ich sollte mich darüber freuen das alte war ne ich bin jetzt in der Savanne nicht oh oh äh das hat gar keiner gesehen doch Rauchofen ok so irgendwo ein Ofen sonst ist es ein großartig was ist das? kenn ich gar nicht so wahrscheinlich ich glaube es ist ein Tiergehege wo kann ich denn gibt es hier irgendwo eine Schmiede? nein komm schon mit klüfer klüfer ich will den Licht nicht in der Nähe des Dorfes explodieren immer Boah! Ich brauch immerhin irgendeines Knie, ey. Ich guck mal das Dorf mal weiter an. Ich bin im Moment eigentlich nicht dran mit meiner Fahrt, oder? Ich nehm grad länger auf als die letzte Felge. Okay. Habe ich noch irgendwas, dann würde ich einen Schmied in der Küche werden. Ich glaub ich guck jetzt mal, ob ich einen Schmied finde, aber wenn nicht, dann äh... Ja. Dann ist es halt vorbei. Dann hab ich irgendwie... Irgendwie fand ich das Liefendorf was cool. Wie schade ich das, wenn ich ihn sagen. Aber egal. Vielleicht finde ich das irgendwann wieder. Ich weiß ja nicht, wie lange das Projekt geht. Das ist auf jeden Fall. Irgendwie noch zu sagen. Aber... Ich versuche es, wie gesagt, solange ich die Suche zu machen, das heißt, wir wollen zu diskant losgehen. Und es ist eigentlich jetzt schon gegen Ende. Aber... Ähm... Ich werd noch nicht aufhören. Denn... Ich will hier noch ein bisschen Dorf angucken. Hier war's. Chess! Brot. Gras. Wolfklumpen. Und Arkadienessen. Okay, wenigstens kann ich essen nochmal. Hier... Auf jeden Fall, ich glaub, ich werd jetzt hier... Wie ist die Story? Äh... Genug Essen haben. Auf jeden Fall. Denk ich dann halt noch zu fragen oder so benutzen. Wenn der jetzt noch was hat, äh... Das wär auch natürlich sehr cool. Wenn... Äh... Ich jetzt... Ja, der ist besser... Als... Der... In Dings. Im süßen Dorf. Wie glaubst du mich da? Was ist das? Neue Verzauberung? Ich kenn mich da nicht so gut aus. Eigenaxt. Ich hab einen Diamant auch. Okay, Leute. Das war's mit der heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde ich sagen... Ciao!